Hi! Tag Freunde! Günchen, bitte funktionieren. Dankeschön. Ja, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute geht es mal um meine Einstellungen und um meine Keybinds. Das wurde im Livestream-Chat angefacht und von daher gehe ich jetzt mal drüber. Also, ich mache Fullscreen. Das ist glaube ich normal. 1080p, ja, 144 FPS. Ich hatte es eigentlich mal auf Unlimited oder auf 140 FPS gesetzt. Aber desto kleiner das Framerate-Limit, desto besser ist die Performance des PCs auf lange Zeit. Und da ich meinen PC noch ein bisschen halten möchte, habe ich Bock, dass das hier auch noch ein bisschen kleiner ist. Dann Brightness habe ich auf 50%, das ist einfach das Standard. Dann hier habe ich nicht angerührt. Kalmar Mode spiele ich auf die Run-Trip-DT-Ren-P-Dingens auf 6. Ich bin nicht Farben oder sowas, aber ich mag auch die Farben, die man durchbekommen. Von daher spiele ich es gerade. Vielleicht spiele ich es auch mal ohne, falls ich die Farben nicht mehr mag. Wer weiß. Genau. Dann hier habe ich Auto Set Aus, Custom, Near, 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 Off. Dann habe ich Medium für Text-Stats, das ist besser für FPS angeblich. Und dann habe ich alles auf Low, weil desto niedriger alles ist, desto weniger muss dein PC mehr darstellen. Und desto mehr FPS hast du. Und vor allem desto konstantere FPS hat man. Und desto besser ist die Performance des PCs. Genau. B-Sync und Rosenblatt habe ich natürlich auf. Show FPS on. Ich bin jetzt gerade auf DirectX 12, das funktioniert eigentlich ziemlich gut. Das hier habe ich sehr, sehr gerne an, denn ich habe einen Ryzen 7 2700 in meinem Rechner. Das Ding hat extrem schlechte Single-Core-Performance, aber Multicore-Performance hat es extrem viel. Das heißt, ich habe das ganz angestellt, um auch mehr FPS zu kriegen. Ich habe das ganz angestellt. Ich weiß nicht ganz genau, was das überhaupt ist, aber ich habe es trotzdem angestellt, weil... Ja, warum nicht, ne? So, habe ich erstmal hier... Dann habe ich hier Englisch, weil... Ja, ich habe das ganz Game of English. Dann Movement, habe ich Target Split Off, Split by Default On. Das ist richtig nice, weil damit muss ich meine Shift-Taste nicht nutzen. Und kann die dann zum Beispiel für was anderes nutzen. Ich glaube, jetzt gerade nutze ich sie für nichts, aber... Es ist nice, Split by Default anzuhaben. Das habe ich auch auf. Dann Outdoor Off mit DOS ist, glaube ich, das Beste, was jemals passiert ist. In Fortnite, das ist eine richtig coole Einstellung. Empfehle ich an jeden, die anzuhaben. Das habe ich nicht angemacht. Ich mache es aber normal. Dann Targeting auch auf. Market Engine I went Targeting. Die habe ich jetzt auch mal angemacht. Könnte ich aber auch genau so gut ausmachen. Ich mache jetzt nicht den Wahrsinn, aber es kann schon ab und zu ganz hilfreich sein. Auto Bigger Weapons ist genauso wie Auto Open Doors. Ist extrem hilfreich. Auto Source Consumables to Right ist jetzt nicht für jeden das Richtige. Aber für mich ist das genau das Richtige. Weil ich es auch generell rechts habe. Und deshalb schafft mir einfach mal die Mühe, die nach rechts zu bewegen. Ist mega nice. Reset Tool Building. Reset Building Choice habe ich auf. Tool Building habe ich on. Und Confirm Edit On Release habe ich auch on. Falls ich es mal irgendwie verkacke. Dann habe ich Contextual Tips on. Ich könnte es aber auch genauso gut aufmachen. Ich weiß nicht genau, was das überhaupt macht. Dann Internet View. Hier und hier. Damit mache ich nicht sehr viel. Ich habe nur das hier angemacht, damit ich Scroll Wheel zu nutzen. Zum Öffnen machen kann. Dazu später nochmal ein bisschen was. Aber wenn ihr Scroll Wheel nutzen wollt, um den Ton zu öffnen, müsst ihr das hier anhaben. Das hier habe ich alles auf. Das bringt im Endeffekt einfach nur CPU weg. Und jetzt mal ganz ehrlich. Keiner checkt seine Replays, außer man ist wirklich ein Hardcore Sweat, der jeden Fehler sehen muss. Also Leute, wenn ihr Replays eh nicht anguckt, dann macht es aus. Ich meine, ihr verbrennt dadurch nur unnötig viel CPU. Ist so. Hier habe ich alles auf on, weil warum nicht. Dann habe ich hier auf 11.4 und hier auf 22,5. Also sprich, ich bin, ich wurde schon mal ein bisschen schneller. Also ich war schon mal auf 7,7 und auf 7,7 hier. Ich bin ein bisschen schneller geworden. Ich habe jetzt auch meine DPI auf 800. Und Targeting Sense auf 22,5, weil wenn ich das höher hätte, dann würde ich jeden Schuss noch fehlen und das finde ich so nice. Dann habe ich hier nie was gemacht. Also das habe ich, die Einstellung habe ich nie angerührt. Von daher habe ich das auch nicht, von daher kann ich da auch nicht viel zu sagen. Controller Settings. Ich bin nicht Controller Spieler. Also das mal weg. Volume 100, 0 Prozent. Aber ich glaube, aber wenn ihr, wenn ihr mehr zu Volume erfahren wollt, dann, beziehungsweise zum Sound, dann checkt mal meine, wie man mit TMS MPT spricht. Da gehe ich nochmal über alle Einstellungen ein bisschen mehr drüber. Genau. Jetzt kommen wir zu den interessantesten Teilen, zu den Keybinds. Also ich habe ein ganz klassisch WASD. Uplive. Ich könnte es auch einfach anbinden. Es ist egal. Einfach WASD nutze ich. Spaceballs zum Jumpen. Sprint habe ich jetzt gesagt. Brauche ich nicht, weil ich halt Autosprint habe. Dann Autorun habe ich Ecos. Weiß nicht gar nicht, wo das Ecos ist, weil ich Autorun nie nutze. Left Control ist das Standard für Left, für Crowd. Dann Fire habe ich ganz normal. Reload auch. Use habe ich Mousewheel Up. Wie gesagt. Mousewheel Up plus Interact Crams. Kann man das da nutzen. Ist mega nice. Ich empfehle es mega doll, Mousewheel Up als nutzend zu machen. Dann hat man zum Beispiel E oder was auch immer man sonst als Use Keybind hat. Für zum Beispiel ein Build Bind. Das ist mega nice. Also ich empfehle an jeden Views auf ein Mousewheel zu machen. Ist jedem selbst überlassen. Aber ich empfehle es jedem, der auf dem PC spielt. Bzw. einfach auf dem Astrosatur spielt. Dann nehme ich 1,2,3,4,5 F. Ja, ich komme an 1,2,3,4 und 5 ganz gut ran. Auf F. Und auf 6 halt nicht mehr. Auf F gestellt komme ich auch ganz gut ran. Ist mega nice. Ja, muss ich ja selbst wissen. Aber ja, so mag ich das Ganze. So. Goshwheel Building. Left Control ist das normale. Dann Wall habe ich hier. Thumb Mouse Button 2. Das ist dieser Knopf hier. Das ist der etwas höhere. Und dann für Floor habe ich E. Und dann für Stairs habe ich den etwas. Für Stairs habe ich diesen Knopf hier. Der ein bisschen mehr da hinten ist. Dann habe ich Roof auf V. Da komme ich auch ganz gut ran. Ich beleg es mir gerade ein bisschen zu ändern. Aber im Moment habe ich noch Roof auf V. Vielleicht gibt es dann demnächst mal wieder ein Update. Ähm. Left Shift für Trap. Das kommt mir super klar. Ähm. Einige haben es auf Kuda oder so. Aber ich habe es auf Left Shift. Mein Left Shift ist stark für Traps. Von daher nutze ich das Ganze so. So. Place Building ist normal. Repair habe ich aufs Set gemacht. Ähm. Ja. Ich repäre ausgesprochen selten Gebäude. Und wenn ich es in meinem Bauch habe ich es einfach gleich da. Ja. Genau. Bei Notay Building habe ich ähm. Mittel Maus Button. Ist ultra nice. Ähm. Es geht schnell. Ähm. Ja. Stell den Spielmaterial habe ich tatsächlich hier meine rechnete Maustaste. Ist. Das ist wirklich mega nice. Du kannst einfach bam 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 bam. Es geht alles super schnell. Also ich empfehle wirklich jedem das auf Right Mouse Button zu machen. Building Edits auf Q. Aber ich habe aber ich habe für meinen Secondary Keyboard auch noch Mouse Wheel Down. Denn ich habe ja für Reset Building Edit auch noch ähm. Maus Wheel Down. Das heißt natürlich ich kann einfach einmal kurz durchwischen bei meiner Maus. Und das Ding ist Reset. Ist ultra nice. Es geht ultra schnell. Ich empfehle es jedem. Dann äh. Select Building Edits. Äh. Left Mouse Button. Ja ich glaube das ist. Der Klassiker. Dann ähm. Ping. Plays Mark. Aber ich habe tatsächlich auf G. Dann Plays Mark Enemy. Ich sag mal so. Die nutze ich jetzt nicht so allzu oft. Wann habe ich jetzt einfach auch. Wann habe ich die Sachen jetzt mal auf. Ich sag mal. Unwichtigere Keybinds gesetzt. Dann E-Mods habe ich auf Y. Ähm. Ja. Hier habe ich das nie wirklich angefasst. Talk Limitary of Tab. Ist. Passt mir ja gut für mich. Sonsten habe ich. Hier. Äh. Habe ich hier irgendwas angefasst. Nö. meine Einstellungen. In Fortnite. Äh. 100. Und was. 60.000. Also extrem krank. Mein erfolgreichstes Video. Mit Abstand. Und zwar mit einem großen Abstand. Aber das Ding ist halt. Ich weiß halt nicht. Was ich noch. Was ich euch noch zeigen könnte. So. Ja. Ich könnte das. Mit dem jetzt sprechen. Video nochmal. Und nochmal. Und nochmal. Und nochmal. Und nochmal machen. Und ich könnte da. Bei jedem Video mehrere tausend Klicks kriegen. Aber das ist auch nicht das Ziel der Sache. So. Man sollte es auch irgendwann. So. Weil. Weil das Ding ist ja. Ich will es eigentlich dann. Nur. Weil das Ding ist ja. Ich will es eigentlich nur dann machen. Wenn es auch wirklich eine neue Einstellung gibt. Weil. Ich sag mal so. Weil. Ich sag mal so. Äh. Viele Einstellungen. Haben sich jetzt. Seit langem nicht mehr verändert. Bei den. Ähm. Toneinstellungen. Von daher. Weiß ich da ja mal nicht. Was ich euch da sagen soll. So. Ja. Es hat sich halt. Ausgesprochen ein wenig verändert. Aber gut Leute. Das war es mit diesem Video. Ähm. Wenn es euch gefallen hat. Lasst doch gerne mal auch oben da. Ähm. Ja. Ja. Abonnieren nicht hier. Gästen wird hier kein einziges. Video mehr verpasst. Und ähm. Ja. Glocke. Ähm. Aktivieren. Dingens. Um einfach. Äh. Die Videos wirklich nicht mehr zu verpassen. Ne. Und äh. Ja. Wir sind dann in einem neuen Video wieder. Und äh. Ich würde sagen. Haut rein. Und. 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 Und.